Hallo Leute und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich mal zwei Bautex in Fortnite Material, die glaube ich nicht jeder kennt. Nach dem Intro geht's los. So Leute, ich glaube dafür bleiben wir bei Maus die Meier, denn dort können wir uns die besten Materials holen, also sehr sehr viel Holz. Ja, wir sehen uns dann, wenn wir da sind und ein bisschen mehr Holz haben. Ja, wir sehen uns dann, wenn wir da sind. Ja, wir sehen uns dann, wenn wir da sind. Wenn man sterben, dann ist das ganz, ganz wichtig, also was ganz auch, was sehr schlau ist, vor allem für die PC Spieler. Ich finde jetzt, dass wir diese Pyramide jetzt nimmt, dann vorher auf G drückt und dann so bearbeitet. Und habt ihr einmal die Treppe, die nach oben zeigt, könnt ihr jetzt sehen, zack, und einmal die Pyramidia unter, also ihr könnt direkt in dem Baufall, sage ich mal, so hoch bauen und dann direkt runter. und dann wieder hoch das ist nämlich sehr sehr effektiv und diesen trick werden auch viele pros anleute das trick nummer eins und die direkte trick nummer zwei leute trick nummer zwei ist dafür sehr 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 schwer und ihr müsst dann noch lernen ich hoffe natürlich dass ich den jetzt sofort hin bekomme dafür bauen sie uns mal so hin und dann müsst ihr einmal diese wand dann müsst ihr runter springen und dann so hat das gesehen so kann man sich nämlich so runter das ist nämlich sehr 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 schwer jetzt ist durch der baumweg das natürlich super auf der anderen seite hier schaut ich hoffe das klappt jetzt genauso leute und das jetzt so kann man sich direkt unterbauen auch jetzt natürlich verkackt aber wie gesagt hätte man muss dort sehr sehr viel arbeit reinstecken und das auch lernen wenn man das kann es ist mega mega effektiv ich versuchte jetzt noch mal aus und wenn ich da werde ich jetzt sterben aber es ist eh nicht so schlimm deswegen aber ungefähr bis jetzt diese zwei bautricks muss dann wie gesagt sehr 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 lernen ja welches video gefallen hat dann lasst du gerne like und aber da hat mich mega freuen ich bin weg leute haut rein und ciao